Heute möchte ich euch kurz den 5 in 1 Faltreflektor vorstellen von Quedox. Hier einmal an dem Reflektorhalter aufgespannt. So sieht das schöne Stück aus. Durchmesser 81 cm. Der Vorteil an dem System ist gegenüber anderen, wie man hier vielleicht sehen kann, ich komme etwas näher. Verschiedene Oberflächen. Hier ist einmal die weiße Oberfläche. Hier ist der Zwischendiffusor, um Sonnenlicht etwas abzumildern. Ein Goldreflektionsmaterial und ein Silbermaterial. Wie man nun sehen kann, ist auf der einen Seite Silber. Auf der anderen Seite ist es schwarz. Jetzt nehmen wir das schöne Stück ein bisschen auseinander. Auch sehr schnell gemacht durch den Reißverschluss. Wie man sehen kann, im Inneren ist der Diffusor. Da dreht man den Wändebezug einmal um. Und wie man sehen kann, ist es jetzt auf der Seite Gold und auf der anderen Seite Weiß. Jetzt kommt der Diffusor einfach wieder zwischen den Wändebezug. drauf achten, dass die Trageschlaufe direkt am Ende des Reißverschlusses ist. Und jetzt machen wir einfach den Reißverschluss wieder zu. Und voila. Gold auf der einen Seite, Weiß auf der anderen Seite. Noch mal kurz darzustellen, wofür das ganze Material überhaupt ist. Gold bewirkt einfach, dass die Hautfarben besser rauskommen. Also dass es etwas goldfarbener wird. Weiß einfach nur zum aufhellen. Etwas diffus gehalten. Die Innenfläche Silber, wenn man hier erkennen kann, gibt ein etwas härteres Licht. Und dann selbstverständlich noch das schwarze Material, um einfach spezielle Stellen abzuschatten. Und natürlich das Diffusionsmaterial, was noch im Innenbereich ist, einfach dazu da, um Sonnenlicht oder irgendeine andere Art von Lichtquelle etwas abzumildern. Die Reflektoren haben wir in verschiedenen Größen. Deswegen mache ich den hier mal kurz zusammenfalten, wie man sehen kann. Einfaches Packmaß. Ich lege mal kurz zur Seite. Dann habe ich hier für euch noch den 5 in 1 Reflektor in 55 cm Größe. Wirklich nur für den Gesichtsbereich gedacht. Dann hätte ich noch einen etwas größeren Reflektor. Wie ihr sehen könnt, seht ihr mich jetzt nicht mehr. Der ist wirklich schon, um auch den Oberkörperbereich etwas mit aufzuhellen. Eventuell sogar auch für zwei Personen, wenn nicht sogar etwas mehr. Dann habe ich noch einen ganz großen Ovalen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich jetzt nicht selbst erschlage. Jawohl, es geht. Hiermit könnt ihr wirklich, ich hoffe man kann es vernünftig erkennen, schon drei, vier Personen einigermaßen ausleuchten oder eine Person komplett ausleuchten. Für den ganzen Körper dann. Ja, das waren jetzt die Produkte, die ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, schaut es euch einfach mal an.